Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mist Survival. Hier haben wir Bobby, unser Hühnchen. Keine Ahnung wer auf den Namen gekommen ist, ich weiß es nicht, aber wir werden ihn hier nochmal rausholen, denn mir gefällt das hier nicht so wirklich. Ähm, Grab Bobby. Mir gefällt das mit der Umzäunung nicht, deswegen kommt Bobby erst einmal hier rein. So, wir haben auch gesehen, Bobby braucht Wasser. Ähm, wie kann ich das kaputt machen? Okay, so. So. Ja, Stöcker, Komponenten. Das Hühnchengehege muss leider Gottes ein bisschen größer werden. Ich hoffe mal, dass man das noch umsetzen kann. Sonst muss ich das nochmal neu bauen. Und das möchte ich nicht. Äh, so. Das Stück Zaun noch. So, kann man das hier zufälligerweise umsetzen, ne? Scheint mir nicht. So, dann müssen wir es leider abreißen, ne? Und nochmal ein neues bauen, aber das geht ja ruckzuck bei uns. Nur das Abbauen nicht so wirklich. Und wir müssen uns noch ein zweites und ein drittes Hühnchen holen. Aber ich überlege gerade, wie kriegen wir Wasser da rein? Ach, komm, kann doch nicht wahr sein, dass meine Stamina weg ist hier. Ja. Da war ja was. Die wollen ja Nägel haben. Ja. 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 Die wollten ja Nägel haben. Äh, Hühnerstall. So, einmal drehen. Setz mal dich hier hin. Den Hammer. Ja. Ich müsste sogar noch genügend Material haben, um das wieder aufzubauen. Boah, Bobby heizt's Maul. Boah, Bobby heizt's Maul. Du nervst jetzt schon. Äh, ne. Ein Stück weit da hierher hätte ich das gerne. Das erste Mal war, das erste Mal war, da haben wir doch auch das Wasser, da haben wir doch auch das Wasserteil. Komm, dreh dich. Äh, da. Waffe weg packen, ja. Mal bauen. Waffe weg packen, einmal bauen. Sieht gut aus. Zehn Blätter und sieben Bretter. Haben wir was zu essen im Inventar? Jaaa. Ich kann die nicht mehr stacken. Ui, das hat 0,1 Liter. Uuuuh. Hätten 0,1 Liter im Inventar. Hm. Äh. So. Zehn Blätter haben wir hier. Und Bretter stellen wir uns ganz schnell her. Das ist ja nicht das Problem. Äh, Säge haben wir noch. So. Bobby, halt die Schnauze da oben. Du kriegst ja bald ne Artgenossen. Hallo? Ich hab die Blätter nicht mitgenommen. Ne, die können wir ja gleich da drinnen lassen. Äh. Dut, 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 dut. So. Dann kommt jetzt das da. Ähm. Ja. Ausrichten. Komm, sei gerade. So. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Äh. Äh. Okay. Dann ist das so rum. Oh, ne. Es wird schon wieder neblig. Shit. Ich müsste das. Ach. Gerade hinkriegen hier. So. Ich muss erstmal ganz schnell ins Haus. Bobby, halt deinen Schnabel, sonst kommen die Fischer uns hier besuchen. Äh. 15, 16, 17, 18. Oh, Bobby, halt's mal. Oh, hier liegen schon wieder so viele rum. Oh, blatt. Ja. Die brauchen wir jetzt natürlich wieder... ...ohne Ende. Ist ja normal. Kein Loot. Schade. Kein Loot. Weiter geht's. Warum muss ich die Teile eigentlich schon mal einzeln anklicken? Das nervt irgendwie. So und jetzt einmal so rum. Äh, so, einmal ganz kurz ausrichten hier. Äh, hallo? Bist du gerade? Ja, bist du. Dann kommt jetzt das Tor. Wenn das mal rangehen würde. Nö, geht ne. Geil. Selbst wenn ich das jetzt so schief baue, bin ich am Hinterteil. Geil. Und das Teil steht trotzdem schon schief. Äh, dann machen wir das so. Bist du mir jetzt auch Latte, ob es krumm oder schief ist. Ja, ne. Das ist ja ein bisschen zu schief. Äh. So. Aber jetzt können wir es wenigstens wieder ausrichten, ne. Joa. So. So. Äh. Du Scheiße. Hier werden wir viel verbrauchen. Und das ist trotzdem... Ach, leck mich doch jetzt am Hintern, ey. Einmal... Hier. Das ist auch wieder sch... Och, meine Güte, ey. Das ist gar nicht so einfach hier. So. Dort ein hin. Dort ein hin. Oder auch nicht. Das müsste sogar ausreichen. Ja, so lassen wir das. Es wird Nacht. Sehr schön. So, das ist immer auf jeden Fall erstmal leer. Wir brauchen Komponenten und Sticks. Und was zu essen. Sticks haben wir hier. Machen wir uns gleich noch ein paar mehr. Ja gut, Komponenten werden wir auch noch ein paar benötigen in der nächsten Zeit. Ähm, Durst. Warum hat das hier nur 0,38 Liter? Und was ist denn da? Ha. es wird ja nur gleich nacht hier haben wir den clay drinnen das panzerteil hier haben wir die wo habe ich das letzte mal verstaut ja kommen so streichhälzer flaschen medis kommen hier rein hier hätten waren die fehlern die waren hier irgendwo drinnen hier da hinten waren die steine drinnen die aus wird nacht wir möchten so langsam die nacht mal überspringen so da haben wir wieder hunger war ja so klar da werden wir gleich noch die cola zu uns nehmen da liegen schon wieder so viele rum warum höre ich den bobby eigentlich nicht mehr im haus gackern okay ich habe mal wieder keine komponenten sehr schön 30 stück das müsste erst einmal reichen so hier haben wir überall sticks gesetzt hier nicht so so da kriegt man das noch hin das tor ne uns fehlen sticks und komponenten oh hier leder wie siehst du 100 prozent fertig sehr nice und das verfällt überhaupt nicht das gefällt mir alles klar da werfen wir das erste mal daneben so komponenten brauchen wir noch ein paar und da haben wir nichts mehr ja ey bobby lebst du noch ja du bleibst mal schön da hinten ich habe jetzt acht komponenten mitgenommen gehabt das reicht auch hinten und vorne nicht so eine 246 na den daneben kann ich noch bauen so ja das war es schon wieder ich brauche eindeutig mehr ressourcen ich muss zu dem anderen banditenlager da hoch oder mal in die zwei hütten dort rein das ginge natürlich auch noch das entscheidet man aber in der nächsten folge würde ich sagen ich hoffe es hat euch wie immer gefallen wenn ja lasst einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dahin bleibt entspannt genießt den Tag und Bye Bye say k Untertitelung. BR 2018